Das ist ja alles auf Kante genäht. Ladies first. Wow, was meinst du? Na, es sind Schäden. Nicht eine Räume. Du wirst nie wissen. Oh, verdammt. Perfekte Länge. Ich glaube, wir sind beim Hausmeister. Mhm. Da kann man schon mal durchgucken. Ah, hier sind wir unter den Gefängniszellen. Ja. Hier ist ein Loch im Boden. Hast du das gesehen? Nein. I need some help. Ja. 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 Du scheinst sehr klug zu sein. Oh, ich bin nass. Was? Mal gucken, ob du mir die runterschmeißt. Was? Ich seh gar nicht das Loch. Von wo ich runtergefallen sein soll. Oder bin ich hier einfach in die... Ah, da hinten. Ich bin nass. Ich bin nass. Ich bin nass. Ich glaub, hier spritzt grad Scheiße in mein Gesicht. Ich bin nass. Ich bin nass. Ich bin nass. Genauso wie du auf dem Schlip steuerst ey. Hey, the water is being drained. See if you can find a opening. Ah, guck mal. Ich komme jetzt hier durch. Und es ist weniger Scheiße. Ich brauche ein bisschen Licht, damit ich den in die richtige Richtung dehnen kann, glaube ich. Guck mal, alles aus der Schulter. Hallo. Hallo. Vincent, hiebe mir die Flaschleiter. Vergiss es, du willst dich verarschen. Ich will dich nicht verarschen. Ich hole uns hier raus. Du willst dich verarschen. So wie du vorhin mit den Laken. Da war doch schon was in der Ecke. Wo rennst du hin? Wo in der Ecke? Ganz in der Ecke, unter dem Wald. Hier? Ja, weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen. Nein, hier kann ich nichts machen. Dreh dich mal. Doch, da war gerade irgendwas. Zeichen. Kleine. Ja, dein grünes Zeichen war da. Ich sorgt. Hier vorn... Nee, hier vorne ist direkt nichts. Also entweder ist das jetzt hier um die Ecke. Ah nee, da habe ich das Ding dazu gemacht. Oh, gute Frage, wo ich jetzt lang muss. Sonst geht's zu dem Fass da vorne. Ach, jetzt kommt das Zeichen wieder. Ja, gerade eben habe ich das nicht gesehen. Kann mich da durchquetschen. Ah, shit. Ih, Ratten. Jetzt kommt meine... Ich sehe Lichtscheine. ...meine Rattenphobie. Ah, hätten wir doch jetzt ein Besen dabei. Ja, ein Besen könnte uns helfen. Ach, der alte Gefatter Stein. Gut, dass alles hier rostig ist und, äh, nichts aushält. Vincent, hilf mir. Vielleicht gleichzeitig? Oh mein Gott, jetzt gleich kommt der Slenderman. Da ist bestimmt wieder so ein Spiel, wo es Alligatoren gibt. Gleich kommt er aus der Ecke. Aber wenn das jetzt ein Labyrinth ist. Da steht A-Area. Du kannst mit der Taschenlampe zielen, mit links, ne? Da sind wir ja gekommen. Ja, und? Da steht aber trotzdem A-Area. Und wir sind nicht von hier gekommen. Guard, up there. Wache da oben. Erstmal dreimal im Kreis drehen. Und die Hacken zusammenschlagen immer. Gleich kommen wir wieder in den Kloß raus. Synchro-Action. Relax. Don't do it. Ups. Easy now. It'll be much quicker, if we go together at the same time. Ups. Whoa, 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 slow down! Warte, 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 ich muss das selbst schaffen. Schon wieder verkackt bei mir, aber du kannst einen hochkommen noch. Hey, take it easy, man. Okay, alright, alright. Ach, wir sind so ein gutes Team. Okay, alright, alright. Take it easy, I'm going to fall. Alright, alright, I'm waiting. Relax, relax, I'm falling here. Mehr Synchro. Mehr Synchro, richtig. Scheiße. Jetzt wieder. Shit. Ich würde ja was im TS sagen, weil der TS ist, glaube ich, der Delay schon zu groß, um das zu schaffen. Ja, jetzt läuft gut. Esel. Wie Tanzspiele. Guck mal, ich schwitze wieder nicht. Und sonst hat er aus. Warte von Huyts? Ja, was es so. Tad ist würd du... ... AVK leicht. Warte würde ein Rennsch nur ein guter. Er ist nur ein Ort, der man das kann tun. Der Workshop. Ja. Warte. Warte. Ich denke, es ist die gleichen diggerde, richtig? Ja. Warte. Warte. Wir brauchen ein Mutterlösgerät. Ach, da ist ja schon eins. Ich nehme den Hammer, schlage den Schädel ein und du nimmst den... ...und du nimmst die Zange. Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Guck mal, der da, der hat da das richtige Werkzeug. Das ist ein schönes Werkzeug, das du da hast. Das ist ein schönes Werkzeug. Das ist ein schönes Werkzeug. Das ist ein schönes Werkzeug. Ja, die Wache ist schon mal ein Arschloch. Alles, was hier in der Präsentation gebraucht wird? Ja, alles, was wir können... Jetzt, das ist das, was ich ein Stück der Maschine nenne. Quiet, wir versuchen uns zu konzentrieren. Was zur Hölle bist du so stresst? Hör, wenn ich das nicht richtig mache, ...dass sie mich zurück in die Lagerung. Also? Lagerung, diese Lagerung? Also da vorne ist ein Metalldetektor, hat der eine gesagt. Warum bist du so schockiert? Und schaue dir das Essen. Hey, ich habe das gehört. Schau dir in die Lagerung, Mann. Ja, ja, was auch immer. Gib mir, was ich brauche. Hey! Ja, ich bohre hier ein bisschen. Wir müssen arbeiten. Lass mich helfen. Hey, Guard! Hast du einen Moment? Can't you see I'm busy? Komm back later! Heh heh, good luck with that. At this pace, I'll get my hammer back next week. I can still hear you. I can't stand with the use of hammer, motherfucker. That's better. Hm. The Drillbazzer. Nice. Ich glaube, ich baue auch schon ein Loch wie du. Ich habe die Europalette hier zusammen gehämmert. Hey. Du bist ein guter Sträfling. Was willst du? Was will ich? Ja. Was willst du? Ich habe nur eine kurze Frage für dich. Welcher Tag ist es? Äh... Es ist... ...Mondag? Nein, nein, nein. Die Date. Ich muss die Date wissen. Jetzt ist gut, Mann. Du verpasst auf diese Scheiße hier. Ich habe schon... Ich habe schon ein Loch gefunden, wo wir den Schraubenschüsse durchschmeißen können. Nice saw. Ey, das ist meine Säge. Guck mal, wie ich sägen kann. Na, da hat sich der richtige... Da hat sich der Schock gelohnt im Controller. Hat es ordentlich vibriert. Es fühlt sich gut an. Ich kann die... ...den Strom sabotieren. Ich bin einfach durch den Metalldetektor gegangen. Ja, mach mal Strom aus. Nee, lass erstmal den Schraubenschüsse holen, oder? Ich glaube, wir müssen hier für ein bisschen Ablenkung sorgen. Die Leute wollen ja alle arbeiten. Oh, der Metalldetektor ist auch aus. Also nur aus. Nein, nein. Ja, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin Transfert. Ah, also das ist wo ich von weiß. Wahrscheinlich. Warum? Nein, nein. Meiner! Ich frage nur. Also, äh, was ist das, was du hier in diesem Werkzeug machst? Nun, wir... ...schwärts verbrauchen. Alles in der Präsentatat wird hier verbraucht? Ja, alles. Okay, dann lenke ich jetzt den anderen hier ab. Dann kannst du vielleicht das da vorne reinlegen. Ich glaube, ich kann das sofort reinschmeißen. Oh, ich glaube, du musst auf der anderen Seite sein. Gehen wir durch Metalldetektor. Kannst du das? Ja, ne? Ähm, wie bitte? Jetzt hat er deine Gürtelschnelle auch nicht aktiviert. Hallo? Ah, ich weiß sogar, wo lang wir müssen. Krasser Typ. Ach, stimmt. Hier kommen wir nicht durch. Zurück, 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 zurück. Du musst hier warten, am Fenster. Du musst mir den gleich durchgeben. Ja, Gott sei Dank kamen hier nirgendwo Fenster-richtige, sondern überall nur Gitter. Sieht aus wie das Gefängnis bei Uncharted. Ich habe Uncharted nie gespielt, ich habe keine Playstation. Ne, jetzt sagst du, das ist Xbox. Ne, das Playstation hast recht. War er zärtlich zu dir, als du dich abgetastet hast? Ja. Wir sind jetzt Brüder. Boah, bist du jetzt einfach durchgegangen, ohne die Wachen nochmal anzusprechen? Ah, sind zwei Wachen gerade. Ich weiß nicht, ob wir da einfach vorbeigehen können. Red die mal an. Red du die mal an, nicht ich, weil ich habe den Schraubenschuss gerade. Garten, da ist ein Problem. Was ist das? Lass mich dir zeigen, komm mal, lass mich dir zeigen. Der Schnäuzer ist verrutscht. Ihr seid schwul. Ach du Scheiße. Du musst hochkommen, weil der Gefängnisdirektor steht bei mir in der Zelle, glaube ich. Der ist wahrscheinlich da, um das Klo zu reparieren. Ah, ne. Schön nochmal zu, Dick. Ja. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Äh, du musst das annehmen gleich. Komm mal her. Was kannst du damit X machen? Schmeiß ins Klo. Na, oder dahinter. Lass über die Zellentwicklung nicht mal gegen das Klo treten. Komm mal. Arm auf. Bleib da oben. enciaal. Altrufeig. Ich glaube, dass du Petier ist arme.